Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem schnellen und kurzen Platin-Guide bei Alpaca Wonders Way. Ich habe das eigentlich für mich und die Kleine geholt und habe jetzt einen angezockt gemacht und habe festgestellt, da ist ja relativ schnell Platin, da kann man auch noch ein kurzes Video machen. Also ein ganz kurzes Knappet-Video, wie wir hier Platin mitmachen können. Wir gehen erstmal auf Geschichte. Ihr könnt ihr leider nicht, so wie bei anderen, wo man lesen muss, einfach sagen im Menü, lass mal durchlofen, automatisch x gedrückt halten oder so. Das geht nicht. Einfach, ihr müsst einfach hier ein paar mal x drücken. Immer weiter. Einmal müsst ihr nur kurzzeitig was machen bei der Story. Und zwar hier. Da müssen wir jetzt hier Karottenpflanzen. Einmal durch und dann zack, 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 zack. Und nochmal und nochmal. So. Nächste Seite und dann könnt ihr jetzt so einfach wieder ganz normal x durchdrücken. Ist aber wirklich süß, die Erzählung. Ich weiß jetzt gar nicht. Das waren, glaube ich, sieben Kapitel oder so. Hier gibt es auch nicht mit irgendwelchen Entscheidungen oder so, wie bei anderen, wo man drauf aufpassen muss und irgendwelche Savegames anlegen muss oder so. So. Ne, doch. Hier wird dann waren es 8 Kapiteln. Danke fürs Spielen. So. Dann gehen wir hier nach Fakten durch. Da braucht ihr einfach auch nur hier durchdrücken. Ach Mensch, jetzt habe ich hier schon wieder. Ich habe mich verdrückt aus Versehen. Ich bin mit Spielen. Und dann müssen wir auf Quiz gehen. Ich bin bereit. Und da einfach, wenn ihr das schnell machen wollt, ihr könnt es natürlich selber machen, aber ich schreibe in die Videobeschreibung einfach mal auch die Antwort. Das ist dann A, C, A, C, B, C, B, D, 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 D. Ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben. Und B. Ihr könnt das auch so oft machen, wie ihr wollt. Es ist auch nicht so, dass... Also jede Frage zählt einzeln. Und schon haben wir Platin. Jede Frage zählt einzeln. Die dementsprechende Frage muss richtig beantwortet werden. Die sind immer in der gleichen Reihenfolge. Also wenn ihr das macht und 1, 2, 3, 4, 5 habt ihr richtig und die letzten 5 nicht. Da habt ihr die Trophäe gekriegt für die ersten 5. Da könnt ihr dann einfach durchskippen die ersten 5 und macht dann halt die anderen nochmal. Oder nehmt halt das, was ich euch in die Videobeschreibung schreibe. So. Und schon müssen wir kurz warten. Leider dauert es bei der Playstation momentan alles etwas länger. Aber wir können es ja schon mal schließen. Vielleicht kommt es ja dann ein bisschen schneller aus. Jetzt knickt die Playstation. Ich kann ja mal so rufieren. Also in unter 5 Minuten kriegt jeder Platin. So. Ich bin halt auf einem anderen Profil von mir. Jetzt. Normalerweise kommt hier unter ein anderes Feld. Aber naja, okay. Müssen wir halt hier oben auf Trophäen gehen. Damit ihr auch seht, dass das wirklich geklappt hat. Ja. Wird auch hier gar nicht angezeigt. Ach, jetzt ist da schon wieder ein Back hier drin. Aber wir haben Platin. Habt ihr ja gesehen. Können wir einen Trophäenvergleich machen mit mir selber. So. Weniger als eine Stunde bei dir spielt. Zeigt das auch an. Ich weiß nicht, warum wir da nicht so richtig anzeigen. Ist das die Playstation momentan? Also, ich weiß nicht. Die letzten Updates waren halt nicht so pralle. Und Discord haben wir immer noch nicht als Vollversion. Als eigene Anwendung. Auf der Playstation. Auf der Playstation. Wann muss schnell, wenn es langsam geht. Das zeigt mir ja nicht an, dass ich die habe. Warum auch immer. Also, normalerweise müsst ihr hier jetzt anzeigen, dass ich die habe. Auf meinem Hauptprofil seht ihr ja, dass ich die eben gemacht habe. Und hier hätte das eigentlich auch zeigen müssen. Whatever. Warum auch nicht. Kann sein, dass ich Trophäen hier privat eingestört habe. Aber eigentlich nicht. Naja. Jedenfalls haben wir Platin gemacht. Ganz schnell und einfach. In unter 5 Minuten. Story einmal durch. Außer bei den Möhren. Einmal alle pflanzen. Dann auf eins drauf gehen. So lange drücken, bis eine Möhre hier hochgekommen ist. Und ein Korb gepackt wird. Nächster. Nächster. Dann unten auf nächste Seite. Und dann könnt ihr einfach durchskippen. Fakten. Einmal rein. Durchskippen. Und dann halt bei den. Beim Quiz. Pack ich euch in die Videobeschreibung. Die Reihenfolge. Welche Buchstaben wann kommen. Im Urteil war nur so durch hinten. Dann habt ihr den Platin. So. Nichtsdestotrotz. Verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe ihr euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt. In die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.